hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von let's play fallout new vegas und wir machen heute mit dem iwan parze jetzt mal endgültig weiter das meinte wir ja abgeschweift weil wir unsere ganze kacke verkauft haben wirklich wir haben unseren code eingepackt und verkauft es ist nicht so dass es das nicht gibt also man kann bestimmt im internet code bestellen ich würde der welt das zutrauen sagen wir es mal so aber wir sind nicht mehr alles los geworden und die anderen leute halt so arm sind wir haben die alle ausgeraubt legal deswegen haben wir alles aber die nix und das ist einfach nur jack rabbit jess jack rabbit oder was das prospektor stand hier ist nämlich irgendwie nix ich habe meine rede war hier rein und wird gar nicht mehr weil ich kaufen ich habe das geld ja also jetzt ist aber so lange wenn ich war die grenze angekommen wo man nicht auch zu viel geld hat hallo totes prospektoren maschinenpistole wasser bestimmt auch von den aufgesammelten haben wir auch eine menge ein schuss ein kill das ist aber richtig ha was soll das mensch machen wir finde ich auch sehr gut dass man eine maschinenpistole mit einer normal pistole reparieren kann eine einschussfinde karo 6 können wir das irgendwann nutzen sehr geil ich weiß nicht was ich sagen wollte ich gehe in dem fall ich muss weg das dann rein hoff auf mein bestes was ist denn hier ein paar kern kerner karten meine ich macht ihr mal noch habt ihr muni ich denke mal dass ich gleich wieder eine zweite neue mitzule haben werde so ziemlich bitter was war meist karten und die hat einen neuen eine einschuss hier ist nix aber hier ist was hei jei jei das ist ja richtig ecken na los da ist ja richtig schön gewesen für die eine zeit lang bis die gestorben sind weil sie auf jet waren und besser warum mache ich das eigentlich wahrscheinlich nur für erfahrung ich werde bestimmt keine rüstung mitnehmen wie in vordert 4 akklau aber doch oh hei ja jaja da sind vorkriegsbücher prospektor gewährkoffer ich habe es mal so versucht aber das hat nicht geklappt so ich habe wieder zwei volle eine 10 mm pistole ist der hammer hier ist ein bisschen was was ich brauche perfekt das war eigentlich erfolgreich der ausflug zum notbahnhof würde ich mal sagen die richtung da oben ist das die legion sind für mich sind immer solche kleinen ansammlungen mitten im nirgendswur ist das war die legion eigentlich nie lust drauf weitermachen bis zum notbahnhof da sind wieder ein paar lederskop was denn das obwohl wartet was immer machen könnte weil ich sie davon hab hier nein ihn da boom Und, naja, natürlich, flüchtet Boom Ja, oh So, äh, ihr seid fast tot Das finde ich gut, prinzipiell erstmal Äh So, so einen Hammer nehme ich bestimmt nicht mit, oder? Gegengift schon Der Weg ist mir zu viel, so einen Hammer Äh Die Buschbüchse Äh Schade, was ist das, du? Hallo Feige Einfach So, das machen wir aber jetzt noch Das ist mir wert Oh, äh, ich heile mich mal Äh, ich habe ja nichts Zum heilen eigentlich 190 230 270 330 So Die haben es halt schon kacke Oh, da ist eine Xanderwurzel Danke, Leute Oh, einer ist tot Ja, genau Die schießt da auf uns nicht Ist auf jeden Fall, äh Natürlich Fallen wir auf jeden Fall drauf rein So, warum genau jetzt nochmal machen die das eigentlich immer Lass die mich angreifen 12 mm Scharfschützenkarabiner Boah, wie wird das sein, ne? Wieder 5000 X Äh, ich habe so viele Sachen, die ich so viel Geld verkaufen kann First World Problems, würde ich sagen, ne? Was ist denn hier mit diesem Camp Trail? Was ist denn das? Ich dachte, es wäre ein Fleck auf meinem Bildschirm, ne? War doch nicht Hat sich bewegt Huch, warum bin ich da auf Top gekommen? Hallo Oh, ja, so Lassen wir einfach, ne? Ist nicht weiter besonders Ich glaube, ich müsste mich auch irgendwie Derzeit immer erst angreifen lassen Bevor die irgendwas hier machen Ich bin so Freund der Natur Das ist immer unfassbar Das sieht aus wie der Notbahnhof Ich meine, das wäre auch der Notbahnhof Ich finde, das sei ja irgendwie Ich weiß nicht Notbahnhof kann ich nicht nachvollziehen Weil dazu kann ja eigentlich schon irgendwie Überall anhalten Notflughafen Kein Problem Not, äh Hafen Kein Problem Obwohl, das ist auch schon so Ich kenne mich jetzt nicht genügend in der Nautik aus Um es zu verneinen Aber Äh Ich habe halt das Gefühl Man kann überall mit dem Boot anhalten Gut, du könntest einen sicheren Ja, das ist ja was vielleicht wichtig Du könntest einen sicheren Hafen anfangen In der Krise dann Jaja, stimmt schon Äh Not, äh, ja Nothafen Not 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 Ne? Aber Notbahnhof, weiß ich nicht Das wäre so wie wenn du bei der Straße eine Not Bürgersteig Für Autos Machen würdest Oder anhalten könnten Weil sie sonst irgendwo auf der Straße überall nicht anhalten könnten Weiß nicht Schreibt mir doch mal bitte einen Zugführer in die Kommentare Wie so ein Notbahnhof So, äh Ja Wollung Grandpa's, Harpers, Hütte, Dead Venture Okay Harpers, Scharni Harpers Oder wie der Typ heißt Ist das Scharni Harper von, äh Dings da hier, äh To an Alfman Ich kenne, kann ich ja gar nicht Aber ich finde die Sendung halt geschrecklich Was ist das? Nein, du bist nur ein Pass Also Noch ein RZW, da können wir reparieren, ne Denke ich mal Ja Sehr nice, sehr nice So, was haben wir da? Nächstes Sehen wir es, wenn der, äh Meldung aufleuchtet Ne, was, ne Kacke So, was haben wir da? Harpers Hütte Schau die Haare her Genau, ich habe ja noch drüber geredet Stimmt Ne Alles unnötig Wunderkleber Das sind halt Sachen, die bräuchte ich für vorläuft 4 Wie bist du da hingekommen, Veronika? Weißt du, ich würde jetzt einfach sagen Yo Ich nehme die Sachen von hier nach, äh Boston mit Dann läuft das Leider gibt das nicht Was ist denn, das hat keiner diese beschissene Money? Äh So, weiter geht's Äh, hier, Deadwind Höhler Der, uh, bin auf dem Berg Wird Deadwind Höhler sein Ich glaube, ist das das, was man da schon sieht? Dieses schwarze Loch Ich denke mal, ja, ne Äh, denn Ja, keine Ahnung, was da drin ist Irgendwann hat sich da wieder eingenommen Deine Mutation Vielleicht mutierte Ja, oh, wei Oh mein Gott Nah dran Alter, ist das eine legendäre Todskalle? Alter Alter, 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 alter Ich werde das, äh Ich werde das, äh Ja, natürlich Eine Todeskranhöhle Es wird mich ja Nicht stören, wenn das, äh Todeskrallen Äh Ähm Wenn das auf offener Fläche wäre Dann könnte man die besiegen, ne? Ja, aber so, wo? Äh So Ei, 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 ei So, äh Noch sind wir okay Hä, habe ich meine Red nicht gemacht? Äh Scheint besser zu funktionieren diesmal Wir müssen schleichen eigentlich mal, skillen Wobei ich beim nächsten Mal erstmal Schusswaffen auf 100 mache Ja, 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 ja Eine Todeskrallenhöhle Da kannst du mir doch keinem mehr vom Pferd erzählen So Wir haben es ja Und das ist da auch vonnöten Das ist eine Ding ist ja auch schwarz tot Das ist nicht weiter schlimm So Hallo, könnt ihr mal angreifen? Danke Und die gehen wir auch nur 50, ne? Finde ich, verstehe ich immer nicht So Ganz ruhig Gesonnen Hier durch Als wäre nichts Legendäre Todeskralle hatten wir doch schon mal Weiß ich nicht Na wunderbar Ne, warte Das wurde den Neuladen Das ist ja kacke gewesen Was ist denn das? Warum kann ich Sprengstoff-Moni mehr? Äh So Haben wir uns nämlich ein bisschen vorgesorgt Will ich sagen Hallo Wenn die Hälfte nicht weg ist Nett, nett, nett Das ist nämlich, denke ich mal In einer Todeskrallenhöhle Davon absoluter Dringlichkeit Die Sachen, äh Vorzubereiten Hier ist also eine Sackkasse Okay Irgendwie ja, nee Ich glaube jetzt ist es auch Jetzt können wir uns langsam Und so richtig bewegen Hier drinnen Wir haben gerade mehrere Todeskrallen auf engstem Raum getötet Also speziell sind jetzt Wir doch König des Ödlands Also wenn ihr uns jetzt nicht kennt Also wir sind ja in jeder Lageserscheinung von Daily Vegas Erschienen Fuck Das ist die sorry das macht alles boom hier ja die ist tot das mache ich ganz bestimmt nicht alter was ist denn das hackt die medics ganz im ernst wie wie soll das gehen nein alter kommt aus diesem gang raus so irgendwie müssen wir die herlocken glaube ich mir würde vielleicht was einfallen so 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 hallo ähm ist das nicht laut gewesen hängen vielleicht weil die sind auch zu schnell ne ist das problem hallo hallo und beide sind tot äh das kannst du vergessen wie soll das gehen ich äh versuche mal was aber hallo akbam zu lojder 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 das geht aber das ist natürlich nicht nett äh es sind zwei todeskrallen eine davon ist dieses kind ist die mutter 2 plus die mutter ich hätte ich hätte gerne fallen und so sprengstoff ja ich habe keinen zünder das problem ne warte mal warte mal warte mal hä wieso habe ich nur noch einen hat sie nicht voll drei äh toll hätte ich diesmal vielleicht nicht verkaufen sollen oder was so leute ich weiß nicht ob das so wirkt wie eine splitter mit vitamine oh leute los 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 hey äh patzerbüchse äh veronika wow 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 nice 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 richtig nice richtig awesome also dass wir diesen sprengstoff bringt ohne gar nix und zünder wir müssen einzelne daraus locken ja es ist vielleicht ein bisschen gut gewesen der start aber nicht ganz wirklich weil das problem ist ich habe kein jet guter anfang aber dann ist idee wieder kaputt gewesen weil das nichts bringt weil die zerstört werden ich hätte mir was du ja 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 aber ich mache mir erst die spielte granaten damit die ein bisschen weißt du schaden durch mich kriegen bevor meine begleiter da getötet werden ja nice nice richtig nice sowas kriegt einen auf sowas kriegt einen auf ich könnte natürlich auch rausgehen und woanders weitermachen aber ganz ehrlich das ist langweilig was soll denn die kacke mann warum krieg ich denn da schaden bitteschön das ist doch dumm wirft er die scheiß granaten zurück mann ist der irgendwie im gehirn behindert was hat denn der für eine geistige störung der mist kerl ja jetzt ist natürlich keine muni drauf ja richtig geil nice 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 ja geil 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 awesome super awesome mega geiles spiel ich liebe das 10 von 10 bei ign für faires spiel auf jeden fall ja geil geil dass er dann auch noch ein bug hat nice 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 awesome ja geil geil einschlag diesen tod richtig geiles spiel hammer geil mega fick dich doch du kleine huren so gut ich wende die folge und mache das nicht offline ja geil ja 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 ja